So angenehm, ich könnte ja die ganze Zeit irgendwo mitfliegen. Das Problem ist, wenn man bei irgendjemand unbekanntem joint, die sind dann immer so anstrengend, die Leute. Warum denn? Na, der eine, der wollte von mir, der hat gesagt, wenn du in dem Schiff bleiben willst, musst du deine Voice Activation anmachen. Aha. Der wollte also, dass ich mit ihm rede. Oh, nee, das würde ich ja nie machen. Mit Fremden redet man nicht, das hat mir früher schon meine Großmutter gesagt. Ja, ja. Ich bin gleich wieder da. Ja. Äh, Openplay. Ich scanne dabei den Stern. Machen sie mal. So, join Multicrew. Nee, der wollte also, dass ich unbedingt hier mit ihm über Voice Chat rede. Hatt ich aber keine Lust, bin wieder gegangen. Ja, immer diese Piloten, die über Politik reden wollen, furchtbar. Ich wusste nicht, worüber er reden wollte. Das war, ich bin einfach mal, ich joine ja gerne, ich bin, wo bin ich gejoint? Achso, der war am Exploren, der gute Mann. Und da habe ich mir gedacht, hey, dann setze ich mich mal zu ihm rein, weil ich explore ja selber gerne und wollte eigentlich nur ein bisschen die Aussicht genießen. Können Sie sich dann eigentlich selber auch scannen? Das leider nicht, das wäre der Hammer, wenn ich da was kriegen würde. Bin übrigens wieder da. Das ist aber schön. Wir haben noch... Kann sein, dass wir warm werden? Fünf Sprünge nach. Ja, aber gucken Sie mal an dem Schiff rum, hier hängen überall Kabel raus. Ich habe das Schiff bei dem Chinesen gekauft, weiß ich warum. Zehn Prozent Rabatt, ja. So eine schlimme Sache. Das Geld, was ich gespart habe, habe ich hier in die Koliodis-Station hier neben mir gesteckt. Die ist gerade so merkwürdig, sich bewegt. Ich gucke mir die gerade... Ah, sehe ich die? Ich glaube, das ist noch der Nachteil. Ich glaube, ich sehe deine... Warte mal, ich warte erstmal, bis ich angekommen bin. Ich glaube nämlich, ich sehe deine Wackelköpfe nicht, solltest du welche haben. Interessant. Wollen wir gleich mal gucken. Na, wir beide haben aber keine gute Verbindung. Ich glaube, ich hake schon wieder. Warum? Weiß ich nicht. Ah, da sind wir. Okay, ich bin dann doch da. Wobei der Stern etwas merkwürdig reinploppte. So, ich gucke mal nach, wo sie sind. Ich glaube, ich sehe ihre Wackelköpfe nicht. Merkwürdig. Guck mal kurz nach. Nee. Problem ist jetzt unscharf. Oh, das... Was ist denn das? Was denn? Das kann ja nicht sein, dass das hier so als Auftakt zu ihrer Erkundungs... Was weiß ich. Nein. So die Reise, die werde ich so ein bisschen zusammenschnippeln. Das Schöne ist ja dann, wenn sie einfach über Entfernungen irgendwo reingehen können, dass jemand an einem ganz weit entfernten Stern ist und man die Milchstraße von einer ganz anderen Perspektive sieht. Und das ist schön. Ja, auf jeden Fall. Hier so von, äh... Wie heißt das? Formaline Rift, oder wie das heißt. Gucke gerade mal. Jetzt kann ich mich wieder umgucken. Nee, ich sehe tatsächlich keinen... Warum sind die denn stehen, die Stationen? Links von mir, Dings von mir. Nee, dann, glaube ich, sehe sie nicht. Bitte komisch, ne? Ja. Aber wenn man bald, bald, haha, bald ist gut, wenn man dann bald irgendwann mal durch das Schiff laufen kann... Oh ja, sie haben es ja angedroht. Ich hoffe, sie machen es wahr. Ich muss sagen, in das System, wo wir jetzt reinfliegen, da war ich persönlich auch noch nicht. Ach, wir fliegen jetzt also irgendwo hin, wo wir quasi beide überrascht sind. Ja. Ich habe Bilder gesehen und die Bilder, die haben mich so überzeugt, dass ich dachte, das ist doch was für den Mr. Fleck. Für Sie, Mr. Fleck. Sehr gut, auf jeden Fall. Ich gucke mir gerade die Sonne an, da links von Ihnen. Wir sind auch jemand, der schmeißt den Frameshift an, wenn er noch direkt bei der Sonne hängt. Das sieht so schön aus. Gucken Sie sich doch mal jetzt alles an. Ja, die Funken, ich weiß. Meinten Sie das damit, Sie sind ein Disco-Freund? Ach so, ja. Wenn die raushängenden Kabel sprühen. Wenn da alles... Das hält einen wach. Sehr gut, ja, so habe ich mir das gedacht. Man braucht keinen Kaffee. Einfach mal mit der Zunge. Die 220 Volt dran. Ach, die Kabel. Ich weiß nicht, ob die Anaconda mit 220 Volt fliegt. Ja. Kabel meinen Sie da. Nee, ich sehe, was Sie meinen. Nee, was Sie meinen. Ich bin wegen den ganzen Kabeln, ne. Ich bin kürzlich auf DVB-T2 umgestiegen. In der Anaconda. Ja. Wurde Zeit. Auf jeden Fall. Nee, ich würde hier auch gern dran rumlaufen. Das Tolle ist auch, wie die Computerstimme so schallt. Von Weiden. Tut sie? Die ist ja... Ja, ja. Die ist weit hinten. Also man hört das richtig schallen, wenn der Computer was sagt. Gerade mal. Ja, wir können jetzt nochmal aus... Schade, wir waren zu schnell weg. Ah, da springt er. Sie, äh, schon wieder. Sie haben ein, Sie haben eine Begabung, Ihr Schiff zu kochen. Ich habe auch, äh, Ingenieurs-Update gemacht mit meinem, ähm, ich weiß gar nicht. Na, mit meinem, ähm, nicht Triebwerk, sondern da, wo der Strom herkommt. Ähm, das Power, der Powerfahrt. Nee, Kraftwerk, Kraftwerk. Mein Solarkraftwerk, was ich hier auf, auf, auf der Schiffsaußenseite getan habe, hier, dass dann die Temperaturen ein bisschen runter geht, also. Ich habe da schon so ein bisschen in meine Richtung getrimmt. Getrimmt. Da müssen, müssen sie uns ja nachher mal nochmal kämpfen lassen, hier, nachher zum Abschluss. Aber, aber wie? Ich würde ja gerne mal in der Anaconda kämpfen. Also das Phänomen, wo wir dann ankommen, das haben sie vielleicht mal woanders gesehen. Aber das soll hier eine, eine unglaublich bessere, so wie wir sind angekommen. Im Moment noch nicht, ich bin wieder rausgeflogen. War jetzt auch ein Witz. Nee, äh, jedenfalls, das soll da viel besser sein. Das soll unglaublich sein. Das soll, was weiß ich. Gigantomanisch. Und überhaupt. Überhaupt. Ich habe mal, ich meine, Elite ist ja auch voll mit Dingen, wo man sich fragt, ist das ein Bug oder soll das so? Und zwar habe ich da eine Sonne mal gefunden, die irgendwie zu klein geraten war. Die hatte laut Sternenkarte einen Durchmesser von Schlag mich tot, irrsinnig groß. War aber dann im System sehr klein. Hatte aber dieselbe Winkelrotations, äh, nicht Winkelrotationsgeschwindigkeit, sondern hatte dieselbe Rotationsgeschwindigkeit. Das heißt, sie rotierte wie bekloppt, weil sie so klein war. Achso. War sehr lustig. Haben sie, apropos, weil wir gerade bei wissenschaftlichen Phänomenen gesehen haben, haben sie das gehört? Es wurde negative Masse erfunden. Äh, was heißt die erfunden? Gefunden. Bin wieder da. Gefunden, ja, Antimaterie oder was meinen sie? Nein, nein, negative Masse. Das heißt, negative Masse erfällt quasi nach oben. Oh. Emergency stop, too close. Was haben sie uns gemacht? Äh, zu nah an den Stern herangeflogen. Aber er chargt immer noch bei mir. Achso, dann ist das ein Fehler im System. 111. 115. Erbe Angst, 118. Sind wir noch bei dem Stern? Ja. 128. Ach. 131. Bleiben sie cool. Ja, ich versuch's so. Nein, 140. Sind wir nicht mehr ganz synchron, wir beide? Nein, nein, alles gut. Ach, ich bin schon wieder rausgeflogen. Ist unglaublich. Also bei mir stieg die Temperatur gerade ganz gewaltigst nach oben. War das nicht früher noch möglich, dass man da irgendwie 500% rauskriegen kann? Naja, man konnte sich richtig, richtig gehend grillen. War schon richtig. Weißt du noch, wie ich mit der Anaconda... Mein erstes Mal habe ich die Anaconda gerade gekauft. Jetzt sieht ihr Sonnensalzer. Sie erinnern sich. Ach. Das waren noch Zeiten. Man kauft sich gerade eine Anaconda, springt dreimal mit dir und hopst direkt zwischen zwei Sonnen. Weißt du, die ganze Elite-Zeit vorher nicht, aber gerade hat man sich die Anaconda gekauft, hopst los und springt zwischen die Sonnen. War ich da nicht auch dabei? Weiß es nicht, wenn sie mich im TS am Schreien hören. Nee, ich glaube, ich war irgendwo ganz, ganz weit weg und bin da Erkundungen geflogen und sie haben dann sich grillen gelassen. Kann natürlich sein. Fliegen sie übrigens einfach immer weiter. Sind sie denn wieder da? Nein, sie sind noch nicht. Ich darf nicht weiter fliegen. Nein! Verdammt! Okay, gut. Connection Error, oder? Ich komme gerade nicht rein. Moment, ich muss nochmal. Sind sie gerade im Sprung? Nee, 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 nee. Ich werde gekocht, wenn ich springe und ich will, dass sie das sehen. Ach so, das ist alles klar. Außerdem wären wir beim nächsten Sprung dann halt da, wo wir hier ankommen sollten. Ach so. Multi-Crew-Helm, so. Connecting to Multi-Crew-Helm, das sind sie. Da will er aber gerade nicht. Es hat derzeit ungehalten. Was gibt es denn noch? Haben sie schon ihre nächste Türkei-Reise geplant? Ich muss sagen, ich war oft in der Türkei. Also, fünfmal. Feilt schon ein Multi-Crew. Ah, äh, was? Nochmal? Haben sie schon ihre nächste Türkei-Reise geplant? Ja, nee, ich weiß nicht, ob ich da hin möchte. Äh, waren sie schon mal in der Türkei? Die ist eigentlich so schön. Ich war da schon mal. Du musst mich, glaube ich, nochmal einladen. Ich sitze nämlich wieder in meiner normalen Anakon, oder? Ach Gott. Ich sitze nämlich, glaube ich, noch ein paar Mal in der Türkei-Reise. Jetzt sehe ich zumindest wieder ihre Anaconda und habe ein Connection Error. Das darf ja nicht wahr sein. Ja, es wird alles rausgeschrieben. Ja, aber das kann man nichts machen. So, probiere es nochmal. Ja, nee, Tockei natürlich nicht. Schauen wir mal. Was haben wir als nächstes Spaßiges? Die Frankreich-Wahl, ne? Nächstes Wochenende. Ich freue mich auf die Bundestagswahl. Aber ich glaube, das wird in der Nähe die nächste Große Koalition auslaufen. Ey, der lässt mich nicht zu ihm rein. Soll ich mich vielleicht nochmal auslocken selbst? Kannst du ja mal machen. Lock dich mal aus und... Oder Hauptmenü. Machen sie eigentlich selber überhaupt Urlaub? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erlebt habe, dass sie mal Urlaub gemacht haben. Selten. Wenn dann im Sommer. Ich bin erstmal wieder in meinem Schiff drin. Ja, ich bin jetzt ins Hauptmenü. Ich habe hier sogar an meinem Schiff Spoiler, ne? Aber in diesem Hologramm, was man sieht, da ist diese Veränderung gar nicht drin. Ja, leider nicht. Da hätte man es noch zeigen müssen, ne? Guck mal mal ganz kurz an, wo sie diese... diese Spoiler angebracht haben. Habe ich was vergessen? Ne. Man hat eine große Auswahl. Also zwischen 5 und 6. Ich glaube, das ist bei Wings, ne? Was du da dran hattest. Sie immer mit ihrem Englisch. Wings, Wings, Wings. Ah, da ist es. Ich habe es gefunden. Alles klar. Aber die machen wir jetzt nicht. Jetzt komme ich erstmal bei Ihnen ins Schiffchen, hoffe ich. Oh, diesmal hat es gleich am Anfang geklappt. Funtapa, ich bin wieder da, Herr Doktor. So, auf geht es. Na, gucken Sie mal auf die Temperatur. Jetzt. Okay, wir sind 75. Wir sind auf 80. 85. Ach, das war alles noch im Rahmen. Na gut. Na. Jetzt geht es wieder runter. Warum geht es wieder runter? Ne, ist immer gesprungen. Ach so. Aber das sah aus, für mich, als hätten Sie eine Schiffchen... Jetzt gucken Sie mal gerade aus. Ich gucke ja gerade aus. Da ist was Weißes. Ja, aber diese Lens Flares. Lens Flares. Lens... Ich habe das... Ja, das Brot ist auch sehr neu für mich. Ach so. Ja, jetzt bin ich gespannt. Wir haben gesagt, zwei Sprünge noch, ne? Ne, ne. Das ist ja... Da sind wir jetzt. Da sind wir jetzt. Da wollen wir mal hoffen, dass ich drinbleibe und nicht rausfliege. Das wäre schade. Der Flug hierhin war ja etwas ruppig. Ich glaube, das wird eine Überraschung. Ich bin gespannt. Ich hoffe... Oh. Ja. Oh. Oh. Okay. Der ist in der Tat sehr Disco-artig, der Stern. Der dreht sich ja mal richtig. Jacksons Lighthouse. Disco, baby. Warte mal. Und sehen Sie den Nebel, der um diesen Pulsar herum ist? Ja. Moment, ich versuche es gerade mal. Ja, wunderbar. Na, der dreht sich aber mal richtig fix, ne? Ja. Und man... Der macht so eine richtige kleine Spiralform. Sie sind ja mutig, da jetzt so nah ran zu fliegen. Ach, ich bin doch wahnsinnig. Aber ist ja Ihr Schiff. Ja, ja. Das kostet ja nur 22 Millionen. Ja. Sieht aber sehr, sehr... Liegen Sie jetzt in den Strahl rein hier? Oh, ja. Wissen das, wenn Sie da jetzt... Ach, machen Sie ruhig. Genießen Sie die Aussicht? Ja, ja. Ich bin in der Außenansicht. Ich gucke mir das gerade von außen an. Nehmen Sie erst bloß alles auf. Ich will das dann bei Ihnen sehen. Ich bin dabei. Das wird ein teures Vergnügen jetzt. Bitte? Das wird ein sehr teures Vergnügen. Wollen Sie sich umbringen? Nee, Sie mit! Mich auch? Hilfe! Okay. Wow, das wackelt jetzt aber so ein bisschen so. Oh Mann, oh Mann. Oh, wir sind schon durch. Das war's. Frameshift Drive ist jetzt super geladen. Ja, was haben Sie denn jetzt für... Warten Sie mal, warten Sie mal. Dann geht mal in die Sprungreichweite. Wir haben jetzt eine Sprungreichweite von 105 Lichtjahren. Ey, das ist doch super. Dann können wir von dem Ziel dann gleich zu unserem nächsten Ziel fliegen. Oh ja. Aber, aber, aber wir bleiben jetzt erstmal kurz hier. Ich möchte natürlich jetzt noch hier... Wir haben noch ein Ziel. Ist ja gigantisch. Ich kriege eine richtige Bundreise hier. Ist ja gigantisch. Das ist... Aber es sieht extrem genial aus, dieser Jet. Gucken Sie nach rechts. Das sieht ja toll aus. Ich bin alles am Filmen. Ich bin in der Außenkamera. Ich gucke mir das genau an hier. Jetzt sind Sie wieder in dem Strahl drin, in dem Jet drin. Das merkt man, wenn die Kamera etwas unsteht wird und alles wackelt. Jetzt gucke ich mal gerade nach hinten. Jawohl. Sehr schön. Also die... Einige rotieren ja recht langsam, aber der hier, der hat einen richtig schnellen... No. Jackson's Lighthouse. Warum es so heißt, kann man sich fast denken. Warning. FSD operating beyond safety limits. Was heißt das? Dass wir da nicht nochmal reinfliegen sollten, ne? Aber das sieht toll aus. Aber da achten Sie natürlich nicht drauf, dass man da nicht nochmal reinfliegen sollte, ne? Ach. Toll. Hat dieses... Dieses System hat noch ein paar andere Sterne im System. Es ist aber alles langweilig. Gucken Sie mal in die Systemkarte. Das ist doch alles total langweilig hier. Ich gucke mal in die Systemkarte. Ne, also das ist natürlich hier. Guck mal. So. Eieiei. Okay, der hat einige Sternchen. Äh, einige Planeten und Sterne. Alles klar. Ich habe jetzt noch was vor. Oh, ich fliege jetzt mal ein bisschen weg und fliege dann mit zwangstreichfahrerlich Geschwindigkeit mal an dem Stern direkt vorbei. Warum ich das mache, ich weiß es auch nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Ich mag dieses Schiff wahrscheinlich nicht so sehr. Ne, Sie haben halt... Sie haben es noch nicht so lange, ne? Deswegen haben Sie zu der Anaconda einfach noch keine innige Beziehung aufgebaut. Genau. Nicht so wie meine S, mit der ich schon einen Kilometer stand. Okay, genau. Macht mir zwar etwas Sorgen, dass ich mit Ihnen im Schiff sitze, aber hey, ist ja nur mein Hologramm. Ha! Hologramm. Das sieht ja... Das sehe ich jetzt erst, wenn man jetzt nach hinten guckt. Da wabert irgendwas drumherum. Sehen Sie das? Naja, das ist so ein nebelartiges... Naja, da wabert auch irgendwas... Ist da ganz furchtbar am wabern. Ich gucke mal gerade, wo Sie da gerade hinfliegen. Wo ist er denn, der Stern? Ich habe den Stern jetzt aus den Augen verloren. Gehen Sie doch ein... Bei mir ist er hinter Ihnen. Ah, das ist ja ja... Bei mir ist er genau hinter Ihnen. Jetzt rotieren Sie. Sie alter Rotator. Ich bin überzeugt... Ach, man sieht jetzt... Hä? Ich sehe diese... Diese Auswürfe jetzt gar nicht, interessanterweise. Ich sehe... Also bei mir ist er immer noch hinter Ihnen. Ich gucke es jetzt mal wieder rein. Oh, dann stimmt wieder was nicht. Ah, nee, jetzt ist wieder alles in Ordnung. Ah! Wenn man nach... Ah, das sieht ja interessant aus. Wie verlangsam. Oh! Ja, also so eine Sachen mache ich immer wieder gerne. So, nächstes Ziel. Ja. Es können jetzt eine Beide dauern. Ja, das heißt, wir können jetzt hier... Wir können jetzt unseren 105-Lichtjahressprung machen. Das wird toll. Das wird toll. Berechnet das das System hier klein mit, wenn ich jetzt hier so weit springe? Nee, das musst du manuell machen. Oh, okay. Dann tue ich mal... Ich stehe erst... Genau. Das ist leider auch so, dass er die 105... Das heißt, wenn du jetzt einen normalen Kurs plottest... Dann setzt er leider... Dann macht er den Sprung und dann sind die 105 wieder weg. Naja, das wäre ja... Das wäre aber eine sehr tolle Sache. So, dann tue ich mich mal in die Richtung da. 105. So, in die Richtung. Ich gucke mich mal hier in ihrem Schiff noch ein bisschen um. Das ist aber düsterlich. Sogar 111, weil ich ja ein paar Mal durchgeflogen bin. Das ist jetzt 111. Das ist eine tolle Sache, ja. Vielleicht bin ich noch nie gesprungen. Nee, ich habe jetzt 60 Lichtjahressprung. Was dem... Das verstehe ich nicht. Was haben Sie? Ich springe jetzt gerade nur 60 Lichtjahressprung. Das will ich natürlich ausnutzen. Und nicht... Erzählen Sie weiter. Nee, dann machen Sie doch mal 105. Machen Sie doch mal 105. Ja, ich mache jetzt 105. Warten Sie, es hat gerade jemand angeklopft. Ja, ja, ich habe es gehört. Ah, das ist ja unglaublich. Ich bin kurz weg. Wir hören jetzt alle mal zu, was der Herr Doktor für Leute hat, die ihn gleich besuchen werden. In der Zwischenzeit gucke ich mich mal hier ein bisschen um. Dem Doktor auf den Füß gucken. Hier, so. Sehr schön. Was ist das da oben? Seht ihr das? Ich glaube, das sind einfach merkwürdige Effekte da oben an der Decke. Ich glaube, das ist das Disco-Licht vom Doktor. Was höre ich denn da? Gucken, was der Doktor hier noch so alles eingestellt hat. Ich setze mich schon mal in die Gunner-Position. So, Enter-Roll. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Ah, da wollte jemand hier zu Ostern gratulieren jetzt. Man gratuliert bei Ihnen zu Ostern? Ja. Gratuliert man Ihnen auch zum Beispiel zum Sonntag oder so? Das wäre doch ganz nett. Ja, auf jeden Fall. So, 111 habe ich jetzt hier. Das dürfte ich eigentlich auch noch schaffen. Also hier laut der Anzeige schaffen Sie nicht 111, sondern 105. Hm. Sie haben recht. Die 111 ist nur für die, äh, wenn der Tanklehrer wäre. Lehrer wäre. Ja, dann schalten Sie mal die Klimaanlage an. Ja. Mach ich dann mal. Warum sehe ich Ihre Kampfrang hier nicht? Ich will Ihren Kampfrang sehen. Oh, der wäre... Nee, den wollen Sie gar nicht sehen. Oder Ihren Explorerrang. Und meinen Handelsrang. Showinfo. Faszinierend. Ach, jetzt. 104 Lichtjahre. 104 Lichtjahre. Bin ich mal gespannt. Wie weit haben wir es? Wie weit fliegen wir jetzt? Oh, wir fliegen... Das muss ich gleich nochmal gucken. Nach diesem Sprung. Das ist ja... Soweit ich das weiß, ist das, glaube ich, das Vierfache, ne? Hier dieses... Das, was wir gerade aufgeladen haben. Ja. Ja. Ja, das haut ungefähr hin. Sie hatten ja 25, viermal... Ja, es sind 100... Alles klar. Ja, das war das Vierfache. Das heißt, wenn man so richtig schön alles rauskitzelt aus der Anaconda oder aus dem... Ich glaube, die Anaconda, einige Herrschaften schaffen da bis zu 60 Lichtjahre rauszukitzeln. Das heißt, die würde also auf 240 Lichtjahre kommen. Was natürlich gigantisch ist. So fliegen ja viele Leute nach Kolonia zum Beispiel. Die haben sich da eine Autobahn zusammengebaut. Hallo, Sonne. Ähm. Die haben sich da eine Autobahn zusammengebaut. Und, äh, fliegen dann quasi von weißer Zwerg zu weißer Zwerg. Macht mir immer total Angst, wenn... Sie haben jetzt an der Sonne geparkt. Sie fühlst es gucken jetzt, ne? Genau. So, da ist unser Ziel. Ich darf Ihnen auch nicht... Es ist ein bekannter Stern. Alles klar. Also, definitiv, Sie werden es kennen. Und wahrscheinlich auch sehr viele andere Leute werden es kennen. Es sind noch knapp 300 Lichtjahre. Na, dann haben wir ja ein bisschen was vor uns. Und, äh, ich kann Ihnen dann ja privat, äh, wenn wir dann zurückfliegen, auch noch, äh, diesen einen kleinen, äh, Planetoiden zeigen. Wegen der ist 100% aus Metall. Weil das ist... Ja, da würde ich natürlich gerne mal... Da gibt es sehr viele, äh, äh, seltene Metalle. Wie es Ideen oder... Das kenne ich nicht. Ja, sehr, sehr schön. Da, auf jeden Fall. Was habe ich denn da in der Ansicht, in der Gunner-Ansicht links unten? Was das ist? Oh, mal gucken hier. Das hat jetzt unseren, äh, unsere Reise natürlich, äh, enorm verkürzt. Jetzt sind es 13 Sprünge noch. Das wären sicher so um die 20 gewesen. Ja. Sie könnten ja jetzt, also, was man dann ja machen kann, man kann ja dann, äh, wenn man, wenn man das dann, wenn man einen weißen Zwerg oder so ein, ja, so ein, so ein Punkt gefunden hat, kann man sich ja dann explizit in der Sternenkarte den nächsten weißen Zwerg raussuchen. Und dann quasi immer von weißer Zwerg zu weißer Zwerg hopsen. Aber nicht jeder weiße, hat jeder weiße Zwerg solche, äh, solche Aushürfe? Äh, äh, ist das besser? Neutronensterne sind besser. Ja, also die Neutronensterne sind der, oh zum Teufel, ach, da ist die Sonne. Haben sie das eigentlich auch, dass die Texturen sich vom Stern so etwas langsam aufbauen? Ja, seit dem neuen Update. Nicht sehr schön, finde ich. Ich habe eigentlich kurzzeitig gedacht, oh, die haben es jetzt realistischer gemacht und dann hat sich das dann aber... Äh, also, einige haben das ja im Forum vermutet, dass das der Realismus sein soll, dass einem sich die Augen erst klaren. Aber das haut natürlich mit der Theorie nicht hin, dass sich die, dass sich die Texturen ruckartig aufbauen. Also so, so, so schubweise. Und ja, da haut das halt nicht hin.